Gefällt's euch? Ja, ist sehr cool. Sehr, sehr schön. Wie gefällt's denn euch von Fransman hier? Es ist echt sehr, sehr cool. Leider ist das Wetter noch nicht ganz so toll, aber wir hoffen, dass es heute Nachmittag besser wird, weil wir spielen heute Nachmittag nochmal hier, also verpasst das nicht. Heute ist ja Sommeranfang, das merkt man noch nicht, aber es wird bestimmt noch. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Wart ihr schon mal so hier in Potsdam, Berlin, die Ecke unterwegs? Ja, wir waren schon öfter hier. Wir waren im ZDF-Morgenmagazin, waren wir schon mal in Berlin. Und wir hatten da auch schon Auftritte und so. Also wir sind eigentlich sehr gern hier. Fein. Euch gefällt's ja auch, hab ich gehört. Hat denn jemand eine persönliche Frage an Fransman? Irgendjemand? Aha, da haben wir schon welche. Ich komm einfach mal rum. Das ist gut. Dankeschön. Hast du gut gesquockt? Hier haben wir eine Frage, persönlicher Art. Woher kommen sie? Woher kommt ihr? Wir kommen aus Köln. Kennt ihr? Ist die Frage beantwortet? Fein. Hat noch jemand eine persönliche Frage an Fransman? Vielleicht hier. Wir können auch mal rüber gehen. Was möchtest du denn wissen? Die heißen die vier. Die heißen Dave. Ich bin der Dave. Ole. Das ist der Ole. Jonas. Jones. Und Dominik. An der Schießbude. So, jetzt haben wir die auch nochmal vorgestellt.